Warum bist du bei Kleiderstore genau richtig? Weil ich dir jetzt ein Versprechen gebe, was ich schon tausende Male nachweislich in unseren Kundenfeedbacks gehalten habe. Ich mache dich glücklich. Und ja, es kann immer mal passieren, dass wenn du dir dein Kleid ja schon kostenlos nach Hause liefern lassen hast, dass ganz einfach die Größe nicht passt oder dir der Schnitt nicht zusagt. So kannst du es auch komplett kostenlos an uns zurücksenden und wir machen deinen Kauf einfach rück und du bekommst dein Geld zurück. Aber das hat eigentlich noch fast gar nichts mit meinem Versprechen zu tun, weil dann bist du noch nicht glücklich. Es geht mir wirklich darum, dich mit deinem neuen Outfit glücklich zu sehen. Und das heißt, wenn du möchtest, kannst du dich bei mir melden und wir tun zusammen eins zu eins dein Traumkleid finden mit den perfekten Accessoires oder was du sonst noch so brauchst. Und dann, wenn du das Kleid anhast und spürst, das ist es, habe ich meine Aufgabe geschafft. Obwohl, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Denn ich möchte ja nicht nur, dass du glücklich bist, sondern dass eine komplette Community, die ja zum Glück schon da ist, mit dir zusammen glücklich ist. Und da kannst du dich natürlich gerne bei uns anschließen, bei Facebook, Pinterest und Instagram. Und da kannst du dich auch gerne austauschen, wie man noch dein Kleid mit einem schönen Polaro oder Schuh oder was es sonst noch so schöne, schicke Sachen gibt, kombinieren kannst. In diesem Sinne, such dir jetzt ganz bequem und unverbindlich dein Kleid raus, lass es dir nach Hause senden, probiere es in ganzer Ruhe an. Und wenn ich dir dabei helfen kann, freue ich mich, von dir zu hören.